Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hochwasser in Russland und Kasachstan, Bilderstrecke. Umfassende Dokumentation. Neverwendige Hochwasser in Russland und Kasachstan. In den letzten Wochen wurde Russland und Kasachstan von heftigen Hochwassern heimgesucht. Das Auftreten von Hochwasser und Überschwemmungen hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Bewohner und ihre Gemeinschaften gehabt, sondern auch schwere Schäden an Infrastrukturen wie Straßen, Brücken und Gebäuden verursacht. Nach Angaben des russischen Ministeriums für Notfallsituationen wurde in zwölf Regionen des Landes der Notstand ausgerufen. Insgesamt sind mehr als 1500 Menschen betroffen. Viele von ihnen mussten evakuiert werden. Darüber hinaus zeigt ein Bericht des kasachischen Ministeriums für Notfälle, dass das Hochwasser in der Region Karakandi erhebliche Schäden verursacht hat. Das Hochwasser wurde durch starken Regenfall verursacht, der das Schmelzen des Schnees beschleunigte und die Wasserpegel der Flüsse anstiegen ließ. Das schnelle Schmelzen des Schnees hat auch zu Erdrutschen in einigen Gebieten geführt, was weitere Risiken für die Sicherheit der Menschen in diesen Gebieten darstellt. Auf Fotos von Augenzeugen, die in sozialen Medien geteilt wurden, kann man die Ausmaße der Katastrophe erahnen. Ganze Straßenzüge und Felder stehen unter Wasser, Autos und Häuser sind zerstört und die Menschen versuchen, ihre wichtigsten Besitztümer zu retten. Zwei die Regierung Russlands wie auch die von Kasachstan haben versprochen, die betroffenen Gebiete zu unterstützen. Mehrere Hilfsorganisationen sind bereits tätig, um die Opfer des Hochwassers finanziell und mit Sackspenden zu unterstützen. Experten zufolge könnten der Klimawandel und die fortschreitende globale Erwärmung solche extremen Wetterereignisse in Zukunft noch häufiger auftreten lassen. Dies stellt sowohl Russland als auch Kasachstan vor große Herausforderungen, da entsprechende Anpassungen an die Infrastruktur sowie Vorkehrungen für die Bevölkerung notwendig sind. um auf solche Katastrophen besser vorbereitet zu sein. Drei Quellenangaben, Ministerium für Notfallsituationen Russlands, Ministerium für Notfälle Kasachstan, soziale Medien- und Augenzeugenberichte, Expertenaussagen und Klimaberichte. Anita Farke, Mittwoch, 10. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.